Hallo liebe Freunde, willkommen zu Gott auf meiner Seite. Heute mit Seite 272. Lasst uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, auch heute wollen wir zuallererst fragen, was ist dein Wille? Was sagst du? Was ist deine Meinung zu den Dingen, die wir uns heute vorgenommen haben, zu den Dingen, die wir als Projekte planen? Herr, wir möchten auf deine Stimme hören und wir möchten dich bitten, dass du durch deinen Heiligen Geist zu uns redest. Wenn wir dein Wort jetzt lesen, das bitten wir im Namen Jesu. Amen. Wir sind in Richter, Kapitel 1 und haben gesehen, wie der Stamm Judah auf das Wort Gottes hin als erstes losgezogen ist, gemeinsam mit dem Stamm Simeon, der mitarbeiten sollte, gegenseitigem Geben und Nehmen, um restliche Gebiete Kanaans zu erobern, die noch nicht erobert worden waren. Wir lesen in Vers 17. Hier war also der Stamm Judah. Gott war an seiner Seite und kämpfte mächtig für sie. Aber dann, als es um die Gegenden unten am Mittelmeer ging, da waren diese eisernen Streitwagen, die militärische Überlegenheit der dort wohnenden Einwohner der Ebene, zu stark für sie. Und sie gaben dem Kaleb Hebron, wie es Mose gesagt hatte, und dieser vertrieb daraus die drei Söhne Enax. Aber die Söhne Benjamins vertrieben die Jebusiter nicht, die in Jerusalem wohnten, sondern die Jebusiter wohnten bei den Söhnen Benjamins in Jerusalem bis zu diesem Tag. Eigentlich hätten all diese Menschen ausgerottet und vernichtet werden sollen, aber auch die Benjaminiter tun das nicht. Die Judäer, also die vom Stamm Judah, sie besiegen diese Menschen dort am Mittelmeer an der Küste nicht. Die Benjaminiter lassen die Jebusiter leben. Das heißt weiter, in Vers 22, auch das Haus Josef zog hinauf nach Bethel und der Herr war mit ihnen. Und das Haus Josef ließ Bethel Auskundschaften. Die Stadt hieß aber früher Luz. Das ist die Gegend, wo Jakob viele Jahrhunderte zuvor auf dem Weg nach Aram, nachdem er seinen Vater betrogen hatte, diese Traum gehabt hat und die Stufen zum Himmel gesehen hatte, die vom Himmel herabkamen und den Ort dort Bethel genannt hatte. Nämlich das Haus Gottes. Und die Speer sahen einen Mann aus der Stadt herauskommen und sprachen zu ihm, zeig uns doch, wo wir in die Stadt eindringen können, so wollen wir dir Gnade erweisen. Da zeigte er ihnen, wo die Stadt zugänglich war und sie schlugen die Stadt mit der Schärfe des Schwertes. Den Mann aber und seine ganze Sippe ließen sie gehen. Da zog der Mann in das Land der Hethiter und baute eine Stadt und nannte sie Luz. Das ist ihr Name bis zum heutigen Tag. Manasseh aber vertrieb die Einwohner von Bet-Shean und seinen Tochterstädten nicht. Auch nicht diejenigen von Tanach und seinen Tochterstädten, noch die Bewohner von Dor, noch seinen Tochterstädten, noch die Bewohner von Jiblärm und seinen Tochterstädten, noch die Bewohner von Megiddo und seinen Tochterstädten, sondern es gelang den Kananitern in diesem Land zu bleiben. Auch das hatten wir schon im Buch Joshua gelesen. Und als Israel erstarkte, macht es die Kananiter vonpflichtig, aber es vertrieb sie nicht aus ihrem Besitz. Vielleicht haben sie gedacht, naja, das ist ja fast so, wie als wenn wir sie ausgerottet hätten. Wir herrschen ja über sie. Wir haben sie ja unter Kontrolle. Vielleicht reicht das ja. Vielleicht sind damit die Forderungen Gottes ja im Wesentlichen erfüllt. Aber es reicht nie aus, wenn wir die Forderungen Gottes nur nach menschlichem Ermessen erfüllen. Wir müssen sie so erfüllen, wie Gott es gesagt hat. Denn das, was scheinbare Kontrolle bedeutete, würde sich schon bald in eine Katastrophe wenden. Wenn Gott möchte, dass wir bestimmte Dinge aus unserem Leben entfernen, dann reicht es nicht, wenn wir sie so unter Kontrolle halten, sodass sie uns ja nicht beherrschen. Wenn Gott möchte, dass sie entfernt werden, dann müssen sie entfernt werden. Und Ephraim vertrieb die Kananiter nicht, die in Geser wohnten, sondern die Kananiter blieben in ihrer Mitte in Geser. Sebulon vertrieb die Bewohner von Kidron nicht, auch nicht die Bewohner von Nahalol. Und die Kananiter wohnten in ihrer Mitte und wurden fronpflichtig. Asser vertrieb die Bewohner von Akur nicht, auch nicht die Bewohner von Sidon, Achelab, Achsib, Helba, Afik und Rechob. Sondern die Asseriter wohnten mitten unter den Kananitern, die im Land blieben, denn sie vertrieben sie nicht aus ihrem Besitz. Es war kein Einzelfall, sondern es wurde die Regel, dass die Stämme jeweils nicht das taten, was sie eigentlich hätten tun sollten. Weil sie glaubten, wir können einfach ganz gut mit ihnen zusammenleben und sie tun uns ja nichts mehr. Wir haben sie ja mehrfach besiegt und jetzt können wir sie als fronpflichtige Knechte ja behalten. Naftali vertrieb weder die Einwohner von Bet-Shemesh noch die Einwohner von Bet-Anath, sondern wohnte mitten unter den Kananitern, die das Land bewohnten. Aber die Bewohner von Bet-Shemesh und Bet-Anath wurden ihnen fronpflichtig. Und die Amoriter drängten die Söhne Dans auf das Bergland zurück und ließen sie nicht in die Ebene herabkommen. Es gab sogar Gegenden, wo die Kananiter sich gewehrt haben, militärisch, so beim Stamm Jude, hier auch beim Stamm Dan. Gerade dort, wo die Ebene war, wo man so mit Streitwagen zum Beispiel besser kämpfen konnte, wo auch die Zentren der alten kananitischen Kultur gewesen waren, dort blieben sie wehrhaft und ließen die Israeliten gar nichts vordringen. Und es gelang den Amoritern in Haheres, in Ajalon und in Saalbim zu bleiben, aber die Hand des Hauses Josef wurde ihnen zu schwer und sie wurden fronpflichtig. Und die Grenze der Amoriter zog sich vom Skorpionensteig von dem Felsmassiv an aufwärts. Man könnte denken, naja, es ist ja trotzdem alles erfolgreich, sie haben ja alles unter Kontrolle. Aber Gott sah die Sache anders. Und der Engel des Herrn kam von Gilgal herauf nach Bochim und sprach, ich habe euch aus Ägypten herausgeführt und euch in das Land gebracht, das ich euren Vätern zugeschworen habe. Und ich sagte, ich will meinen Bund mit euch nicht aufheben, ewiglich. Ihr aber sollt mit den Einwohnern dieses Landes keinen Bund machen. Ihr seid mit mir im Bund und dürft euch nicht mit anderen verbünden, sondern ihre Altäre niederreißen. Aber ihr habt meiner Stimme nicht gehorcht. Warum habt ihr das getan? Manchmal denken wir, dass doch alles in Ordnung ist, weil wir doch alles unter Kontrolle haben. Aber wir wissen, dass wir in bestimmten Dingen Gottes Wort nicht befolgen. Und Jesus fragt uns, fragt mich und fragt dich heute. Warum hast du das getan? Warum hörst du nicht auf meine Stimme? Warum bist du nicht genau in dem Gehorsam, in dem, was ich dir sage? So habe ich nun auch gesagt, ich will sie nicht vor euch vertreiben. Damit sie euch zu Fangenetzen und ihre Götter euch zum Fallstrick werden, wenn wir nicht Dinge vertreiben wollen aus unserem Leben, wird Gott uns auch nicht die Kraft dazu geben. Wenn wir nicht wirklich von Herzen bestimmte Dinge überwinden wollen, wird Gott uns nicht dabei segnen können. Wir müssen uns entscheiden, was wir wollen. Ob wir wirklich ganz gehorsam sein wollen oder den Eindruck haben wollen, wir haben alles unter Kontrolle, um dann die Katastrophen zu erleben, von denen dieses Buch jetzt noch berichten wird. Lass uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, danke, dass du uns aufrüttelst und dass du uns zeigst. Dass es nicht ausreicht, wenn wir im Wesentlichen das meiste, so wie es uns gut erscheint, deines Wortes befolgen, sondern dass du dir wünschst, dass wir wirklich ernst machen mit allem, was du sagst. Mit allem, was du uns klar erklärt hast, dass wir es auch wirklich eins zu eins umsetzen. Herr, vergib uns, vergib mir, vergib jedem von uns, wenn wir in unserem Leben zu nachsichtig mit uns selbst gewesen sind und dachten, wir hätten alles unter Kontrolle, wenn wir dir nicht wirklich ganz gefolgt sind. Gibt es, dass wir rechtzeitig umkehren, bevor große Katastrophen über unser Leben hereinbrechen. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen. 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 Vielen Dank.